Musik Hoi, ich bin Monika von der Robert-Gleitschirm-Schule zu Wesen. Unsere Gleitschirm-Schule gibt es schon seit 1993. Dadurch haben wir eine sehr grosse Erfahrung. Wir fliegen täglich. Das heisst, du kannst jederzeit mit deiner Schulung bei uns anfangen. Dadurch gibt es natürlich ein sehr individuelles Programm. Du kannst in diesem Tempo deine Ausbildung bei uns machen, die du gerne möchtest. Unsere Fluggebiete sind rund um den Wallensee, das Klarnerland, so wie das Ober-Zürich-See-Gebiet. Das heisst, es ist weder von Chur noch von Zürich weit. Musik Wir bieten neben den Theorie-Kursen auch eine Abend-Schule an. Das heisst, du kannst nach dem Feierabend noch ein Flugzeug machen. Das ganze Jahr sind wir auch auf Reisen anzutreffen. Von Monaco über Frankreich bis nach Brasilien. Unser ganzes Team hat das Hobby zum Beruf gemacht. Und wir sind somit sehr motiviert und engagiert. Es wäre toll, auch dich mal in der Luft begrüssen zu dürfen. Und dir zu zeigen, was das Gleitschirmfliegen ist. Ciao! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das war ZDF für funk, 2017